2023 große steuerentlastung geplant millionen rentnerinnen und rentner zahlen weniger steuern mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de finanzminister lindner hat es angekündigt das inflationsausgleichsgesetz bringt rund 48 millionen menschen in deutschland arbeitnehmern unternehmern selbstständigen und vor allen dingen auch rentnerinnen und rentnern eine steuerliche entlastung aber erst im jahr 2023 grund dafür ist der steigende grundfreibetrag dieser steigt im jahr 2023 auf 10.632 euro und im folgejahr 2024 auf 10.932 euro der steigende grundfreibetrag sorgt letztlich dafür dass viele millionen steuerpflichtige rentnerinnen und rentner auf ihre renteneinkommen weniger steuern zahlen werden wir haben in deutschland ungefähr 21,6 millionen rentenempfänger davon sind so die schätzungen circa sechs bis sieben millionen menschen steuerpflichtig oder rentnerinnen und rentner steuerpflichtig denn mit dem anstieg des grundfreibetrags erhöht sich das erstmal zu versteuernde mindesteinkommen auf 10.632 euro und damit ändern sich auch die steuertabellen und auch die bisher zu zahlenden einkommenssteuern aus den tabellenwerten wie hoch die genauen entlastungen tatsächlich im jahr 2023 sind können wir noch nicht sagen bei uns die entsprechend geänderten einkommenssteuertabellen noch nicht vorliegen also wir können da leider noch keine vergleichsberechnung zwischen 22 und 23 vornehmen aber eins ist klar es sind keine großen sprünge aber die steuerentlastungen werden bei den rentnerinnen und rentnern in deutschland die steuern zahlen ankommen leider aber erst im jahr 2024 weil die steuererklärung für 2023 erst im jahr 2024 abzugeben ist das ist auch klar weiter so herr lindner jetzt müssen aber noch dringend finanzielle zuschüsse für alle menschen und rentner wegen den hohen gas- und strompreisen her die von ihnen 2023 angekündigten steuerlichen entlastung werden für das für den herbst 2022 definitiv nicht greifen und auch überhaupt nicht ausreichen allein für den gaspreisanteil der monatlichen kosten ist bis zu einer vervierfachung der preise zu rechnen im jahr 2021 betrug der arbeitspreis für eine kilowattstunde gas bei mir zum beispiel in meinem haushalt 7 cent pro kilowattstunde gas aktuell bietet der gasanbieter rheinpower auf verifox einen arbeitspreis von sage und schreibe 29 cent und 29,83 cent an das ist eine vervierfachung des gaspreises also nur allein des arbeitspreises das bedeutet eine vervierfachung auch der kosten und somit auch exakt das was vorhersagen schon gebracht haben dass wir praktisch bei einer vierköpfigen familie bis zu 4000 euro mehr kosten im jahr alleine nur wegen den gaspreisen gegen gestiegenen gaspreisen rechnen müssen wir reden darf noch nicht von der gaspreis umlage die ja auch noch on top obendrauf kommt daher muss es sofort eine finanzielle entlastung bei strom- und gaspreisen geben und zwar auch in der gesamten breite der bevölkerung ansonsten werden bei millionen menschen ab herbst 2022 im wahrsten sinne des wortes herr lindner die lichter ausgehen näheres zu diesem thema finden sie auf www rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen allen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel